Willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt und zwar spielen wir heute Within Scary und wir gucken direkt rein und wir sind im Wald zumindest ja Und ich kann nicht glauben dass wir das eigentlich machen Aber ehrlich gesagt, ich bin vorsichtig, okay? Der Scheiß ist Stefan, du musst die Hölle raus raus, okay? Wir müssen einfach mal ein bisschen weiter gucken, aber wir können hier nichts aufnehmen Ja, toll, wir sind jetzt auf einer Insel, private property, cool, ja, oh, nun Na, dann gehen wir doch mal die Insel erkunden Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall, ja, we'll shift to run, okay, cool, 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 wir können rennen Yes So, und, ja, wir versuchen hier anscheinend das Böse so ein bisschen auszutreiben Hmm, ja, hier möchte man natürlich gerne wohnen Locked Holy shit, ist das es? Dude, das ist ein oldschool Lock Locked Let's come back and grab the zigzag looking pick and wiggle it around in the lock, okay? Should open it up Alter, der ist halt gerade weh Einfach drüber klettern Einen wunderschönen guten Abend, die schönen guten Abend, äh, 257 Aber du hast heute auch ein bisschen Spaß Äh, wir gucken jetzt mal auf wir das einfache Schloss geknackt kriegen Indem wir wahrscheinlich jetzt zu unserem Boot gehen, um Dietrich mitzunehmen Meine Fresse Was? Wo bist du denn, wenn du mich hören kannst? Ey, ist das jetzt hier so ein Hide-and-Seek-Ding, oder wat? You can fuel, äh, z-i Aha Ach du Scheiße Kann ich noch was mitnehmen von dem Boot? So, das Radio, zum Beispiel? Also, ich darf nicht so laut sein, aber warum darf ich nicht so laut sein? Also, ist hier, gibt's hier Ich nicht Böse Geister, also Oder, machen wir hier Hausfriedensbruch, weil es ja Private Property So, also wir sind auf dem Privatgrundstück Und haben hier eigentlich nichts verloren Hm, okay Hm, okay Was ist das denn? Ne Hütte Komm, wir gehen einfach mal rein Weil... Warum nicht? Und warum gab's diesen Spruch mit Karma, so What comes around goes around, äh Also... Das ist... Weiß ich noch nicht Sollten wir vielleicht... Alter, das tut mir so um... Oh weh, was ist denn mit ihm verkehrt? Kann er mal... Da ist ja mal richtig böse Oh Gott Das ist ja schon wieder so ein Rätsel Wow Ne Eins Wieso ist ne Eins in der Mitte? Und wie kann ich... Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf war's nicht, schade Aber warte mal Warte mal Warte, warum ist das Boot moving? W-w-warte W-warte, warte, 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 warte Was, mein Boot, was, was? Wie, mein Boot ist weg? W-w-wäh Ist mir die verkehrt? Okay Notes, we can be... Okay, in the inventory Okay They are revaged Shit Dude, I have the signal In here Äh, doch gesunken, ja Jetzt ist das Boot doch gesunken Und Anscheinend Verlieren wir das Signal zu unserem Compingau Was vielleicht auch gar nicht so wild ist Weil der tut mir richtig böse im Rohr weh Ich würd gern wissen Wie ich... Dieses Rätsel gelöst bekomme Warum geht die Uhr jetzt verkehrt rum? Shit Okay Gibt's hier... Kann ich... Kann ich... Ich kann... Ich kann nix machen Okay, vielleicht... Vielleicht gehen wir einfach weiter Vielleicht... Sollen wir das Rätsel noch gar nicht... L-l-lösen Hm, wir können ja in den Herd gucken Ist ja wunderbar Okay, komm Wir gehen einfach raus hier Oder wir kommen vielleicht noch nicht weiter, weil... Mal gucken, vielleicht müssen wir das Rätsel lösen Ja, wir müssen das Rätsel lösen Sollten wir vielleicht nochmal gucken, ob unser Boot Wirklich weg ist Ist das vielleicht unsere To-do? Ja komm, wir machen das erstmal Wir... Wir gehen erstmal wieder zurück zum... Bo-bo-boat Um zu schauen, ob da... Irgendwas ist... Irgendwas Ich mein immerhin labert uns der Typ jetzt nicht mehr ins Ohr Also ne, der war ganz schön... Der war ganz schön laut Der hat ganz... Ganz schön weh getan Ja, und unser Boot ist weg Und ein Rotiz ist da Ja wunderbar 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 I'm so sorry Okay Wunderbar Ah, okay Ich wollte mal gerade kurz gucken, wie die Taschenlaba ausgeht Ob mit F oder L oder so Wunder... Ne? Warum atmet der jetzt unsere Figur so? Hallo? Hallo? Ja Gibt's denn hier vielleicht einen Hinweis? Mh... Code? Mh... Core Security at 718 Ja Ja Ah, jetzt ist das Tor offen Mh... Na ist ja Wunderbärchenklärchen Ja, dann gehen wir doch einfach mal weiter, weil... Jaaaa Ich hör was Ist der mit unserem Boot abgehauen? Jaaaa Wer weint hier? Ey, hört ihr das auch? Ja, es lockt Aber hier steht ne 3 dran, guck mal Ne rote 3 Merken? Rote 3 Merken? Es wird der mit dem Boot abgehauen Das ist der mit dem Boot abgehauen Ich hab den mit dem Boot abgehauen Also, die ist... Da ist schon wieder eine rote, toi. Ist die hier auf dem Baum? Das ist ja gar nicht mal so angenehm. Toi, 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 toi. Wieso kann ich hier lang? Kann ich hier lang? Nope. Okay, kann ich springen? Nein. Nein, ist das so eine Reichenjagd? Human trafficking, slavery, fortune of weapons, trading, intelligence gather, you name it. The islands is for enough from the mainland. No witness, no law. Oh, nothing, just... Oh, unlucky to fight. Ja, hmm. About a week ago, some, what? World leaders and well-known figures have gone missing. Many people on the internet who follow any information... Ey, ich kann nicht so schnell lesen. Maybe there is a connection. Ja, also, da sind anscheinend ein paar auf der Insel verloren gegangen von den High Society-Leuten, die die Welt regieren oder so. Und wir gehören jetzt dazu, oder? Ich weiß es nicht. Wo bin ich? Also, wo wache ich auf? Oh, man... Oh, man... Oh, man... Ja, nun... Wehr doch mal... Komm, klar! Und, steh auf! Ich seh nichts! Hier, da ist unsere Tasche. Können wir den hier erstmal ausmachen? Halt! Dieses Ge... Al... Dieses Rauschen geht mir aufm... NICHT! Ja, klar! Cool! 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 Hm, 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 hm! Ja, ja! Das ist, äh... Okay! Ich weiß nicht, was ich jetzt zu sagen soll, außer... Okay! Also, der Kamin und so ist schon nice! Also, bis auf das hier, so ein... Ölkanister ist! Guck mal, hier ist... Hier ist so ein Zahnrädchen! Ich nehm das mal mit! Ist hier auch noch was? Nö! Hm, ist gesperrt! Okay, zwei Türen! Hm, hier kommen wir auch noch rein! Da ist noch ein Zahnrad! Näh, lockt! Was hab ich denn jetzt überhaupt alles im Inventar? Ja, schade! Ich dachte, ich hätte mein... Mein Dietrich! Zum Schlosserknacken! Mit dabei! Okay! Kann ich hier auch aufmachen? Nope! Schade! Und hier gibt's wieder... Nen... 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 Nen Notiz! Okay, also die Zahnräder... Werden wir... ...noch... ...nötigen? Jetzt gucken wir uns erstmal noch die Notiz an! We are attracting too much attention here and everyone's gone mad! Scrap the whole operation! We are leaving tomorrow morning after the... ...after we burn this place down! Okay, okay, cool, 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 cool! Ich hoffe, ähm, die sind alle schon weg und wollen jetzt nicht noch wirklich, während ich hier in dem Haus drinne bin, das Haus niederbrennen! Das wär jetzt... ...not so nice! Aber ey... ...ja... ...coole Villa! Deswegen überall auch die Fässer! Ich verstehe! Guck mal, da ist ne 4! Warum ist denn jetzt da ne rote 4? Oh Gott, wer heult denn hier schon wieder? Was ist denn? Hallo? Hallo? Halt! Warum ist hier... Warum ist hier ein Käfig? Alter, ohne überall sind so ne Gaspulten, das ist doch jetzt... Also ich mein, klar, sie wollen ja das Ding hier niederbrennen und so und... Oh! 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 Der war ja mal... Also entweder bin ich mega klein... ...also bin ich ja wirklich... ...oder er war einfach... ...5 Meter groß! Hey! 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 Jetzt fängt mein Handy ja auch an zu piepen! Das ist... Ähm... Ne! Hm... Ey! Ey! Moment mal nicht... W-E-S-D-Wi hat mir jetzt irgendeine Nachricht geschrieben! Ne! Okay, Chat! Wie sieht's aus? Wollen wir erstmal... Komm, wir gehen erstmal hier lang! Nein, können wir nicht! Ich will nicht nach oben! Ich bin... Nein! Nein! Ah! Waaah! Ey, ich seh schon, komm, hier ist irgendwie irgendwann... Da ist die Eins! Irgendwann ist doch hier was mit... Hey, den Sieg! Hören die mal auf, hören hier irgendwelche Sachen zu machen! Okay, wir müssen nach oben, Chat! Hey, guck mal, wir können gar nicht so weit gehen! Hey, hey, hey! Das ist die Null! Äh... Gut! Gut! Ja, dann... Dann, äh... Können wir einfach gehen? Ich bin aber heute auch schreckhaft... Ja... Na, nein! Ich hab bestimmt den Schlüssel für... Dieses Schloss hier! Nope! Hab ich nicht! Sehr gut! Hab ich den Schlüssel vielleicht... Für dieses Schloss hier? Ich würd' sagen, nein! Boah, ja, sind ja Bretter draußen vor! Scheiße! Wof, wof, wof... Warum ist denn hier... Der Kamin ist auch aus! Ey, können wir hier das Radio ausmachen? Das nervt! Fuck you! Wer bist du denn? Ma'am? Ma'am? Kann ich Ihnen helfen? Also... Vielleicht... Irgendwas ist doch jetzt gerade hier... Ach, pass auf, das ist bestimmt für... Hör da mal auf! Diese Geräusche! Was ist das? Was... Was hab ich genommen? A pair... Was? Of door handles... Where did I see... The door without handles? Ja, na... Äh, ja... Ja! Einfach? Ja! Wo hab ich denn ne Tür gesehen, wo keine... Äh... Krieg's dran ist? Da war man schon drinne! Da ist auch ne Klinke! Hört doch mal auf! Ey, wenn es... Wenn es jetzt das ganze Game so weitergeht... Eine Stunde lang! Ich sag euch, wie es ist... Ich bin dann weg! Ach, hier war keine Hände... Äh... Äh... Händel dranne! Cool! Okay! Okay! Ist mir egal! Wir gehen... Wir gehen... Wir... Wir gehen einfach weiter! Wir gehen ab zur Lady! Die wir von unten gesehen haben! Die war ja... Ach du Scheiße! Die stand ja hier in der... Ja! Wo wir merken... Sie stand hier in der Ecke! Jetzt ist sie... Nicht mehr in dieser Ecke! Nice! Ja! Wunderbar! So! 6, 1! Hm... Ich glaube, ich sollte mir langsam mal was zum Schreiben holen! Weil das wird ja... Ach guck mal! Ist die Combination 6, 1... Ja... Ich würde sagen, ja... Also... 6, 1... 1... So kann ich jetzt einfach wieder gehen und es gespeichert? Nein! Natürlich nicht! Warum auch? Warum sind da überall Käfige? 8! 6, 1, 8! Schöhn! We apologize greatly for shortening your stay. Unfortunately, one of the sovereigns appears to be putting many people in harm's way. As a result for your safety, we have ordered the boot for your safe return to the mainland. Your next stay will be on the house. All right, let's take a look at the next step of the house. Okay, it's your room. Cool for me, I'm 618 and the rest of the number test I just out. Okay, cool, cool. Cool, cool, cool. So, was I said, 618. 1? Nö. 618, 2? Nö. 618, 3? Nö. 618, 4? Okay, es ist 4. Was auch immer ich genommen habe. A piece of... Ein Stück von drei Stücken Schlüssel. Ja, ja. Okay, cool. Wir haben ein Stück von einem Dreier-Schlüssel-System. Wollen wir noch mal gucken gehen, ob die Dame uns jetzt doch noch mal reinlässt? Nope. Sie sagt... Du kommst hier nicht rein. Meine Fresse, du kannst es auch sein lassen. Oh, das war jetzt nicht so nice. Okay. Okay. Was ist... Was hat sie... Wo sind wir? Was ist... Hallo? Ma'am? 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 Hm. Da ist jemand unter der Dusche. Ich habe eine Eins gefunden. Glaube ich. So. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal wieder. Also, oder... Wollen wir dahinter gucken? Also, die... Oh, no, 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 no. Oh, Chat. Wollt ihr... Wollt ihr... Wollt ihr das sehen? Also, komm. Ja, ich glaube schon, ne? That is not a good idea. Ja, okay. Cool. Cool. Ich finde gut, dass mir das Spiel einfach einen Hinweis gibt, dem ich nachkomme. Ja, ist ja geil. Jetzt komme ich auch noch... Geile... Puppen ins Spiel. Lasse ab, hätte ich jetzt ja gesagt. Ja, ja, ja. Hier. Ich... Ja. Ich fühle mich sehr wohl bei dem Spiel hier. Hm, ist gesperrt. Okay, cool. Wir gucken uns jetzt die weiteren Räume an, Freunde. Weil eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Ich habe doch hier... Hier hätten wir jetzt auch die vier gefunden. Oh, ist ja mal gar nicht unangenehm. Gar nicht unangenehm. Okay. Äh, wir haben doch jetzt hier... The key for the first gate. Scheiße, wir hatten irgendwo ein Gate gefunden, wo nur eins dran stand. Oh, ne Scheiße. Ah, first gate of hell. Ja, ja. Alter. Äh. Äh. Hallo? Jetzt gibt die Batterie den Geist auf, oder wat? Hallo? Flashlight? Ich sehe nichts. Ich höre nur was. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verkackeiern? Jetzt ist die Tür wieder offen, oder wat? Ja. Klar. Klar, 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 klar. Cool, 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 cool. Cool. Ganz cool. Easy. Easy. Ist auch gar nicht, äh, stressig. Gar nicht nervig. No way. Nee, 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 nee. So, weh, hier ist keine Eins drauf. Nee, hier ist eine Zwei drauf. Die Eins ist ja auch unten. So, kacke. Das ist... Das ist... Ja. Das wird lustig, Freunde. Das wird... Ich glaube, da ist unser Gate, wo wir hinwollen. Richtig? Nee, ist die Vier. Hm. Dann ist das unser Gate, wo wir hinwollen? Ja. Ah. Ist ja ein Traum. Hier gibt's ne Videokassette. Können wir uns die auch angucken? Locked. Okay. Hm. Hm. Das ist eine wunderschön große Küche. Was habt ihr hier gemacht? Was ist... Was... Läuft der mit euch nicht richtig? Das ist doch jetzt... Hä? Wir lesen uns das ganz kurz in Ruhe durch. Das ist ein sehr strange... ...und ein und ein. Es sieht, wie alle getroffen sind, mit einem Virus. Die Sprache verändert. Die Behaviungsveränderungen verändert. Es ist, wie sie nicht die gleiche Person sind, wie sie gestern waren. Okay, okay, cool, hmmm, das, äh, es hört sich toll an, toll, 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 ach so, ist ein Kamin, ich dachte, das wäre ein Fernseher, scheiße, gut, what the fuck ist hier, Alter, Steve, also ich weiß, er ist ja heute nicht da, und ich weiß, er ist ja woanders, aber, ey, muss das so schlimm sein, werden, tun, ah, hier ist, äh, ja, mhm, mhm, ja, also, äh, ja, ich gehe mal weiter, die Türen sind auch, sehen, sehen super safe aus, Überwachungsraum, cool, Überwachungsraum als Kino, was, läuft mit den Leuten nicht richtig, ich hoffe, es bewegt sich jetzt hier nichts, also, hey, 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 okay, seit wann macht ein Beamer so eine Geräusche, Ja, mhm, also, da, äh, steht jemand, wo wir, ähm, da, ähm, wir, da waren wir gerade, Ist das so, korrekt? Hallo, hallo, ist sie noch da? Ja, sie steht da noch. Mä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä-ä, ist nicht mehr da, wunderbar, sie ist nicht mehr da, ist sie jetzt auch hier nicht mehr da? Oh, ich glaube, wir haben einen kleinen, äh, Fehler gefunden, ähm, Fehler im Game, mhm, Auf der Überwachungskamera steht hier noch wer Und da ist aber niemand Okay, cool Gucken wir uns einfach mal das Videotape an Okay Was soll ich mir jetzt, also Was passiert? Also, passiert jetzt was oder muss ich wieder raus? Hallo Also ich kann nichts machen Hallo Du bist wirklich sehr groß Sehr, sehr groß Kann ich wieder raus? Also ich möchte mir das Video nicht weiter angucken Ich finde es schön, wie er die Wand streichelt Das finde ich toll Also Muss das jetzt sich soundtechnisch so verändern? Also was man schon mal sagen kann ist Da er so groß ist Hat er keine Probleme die Decken zu streichen Einfach Einfach Ist einfach ein Fakt Ach, die lässt sich jetzt Öffnen I'm going to grab You all off From behind And rip your faces off Das ist mal eine Ansage Das ist Das ist mal Ja, warum gehe ich jetzt What the fuck What the fuck What the fuck Was war das gerade Hello Mr What habe ich jetzt hier genommen This is a very strange One by one It looked like everyone Is getting infected With some sort of virus Also Speech Also habe ich das schon gelesen A large square Magnetic Magnetic Key What door could this open Ja Das ist eine gute Frage Welche Tür könnte jetzt damit geöffnet werden Die magnetisch ist Was die da Die mit dem Also die hier Hello Das war nicht die Magnetürbox Die ich dachte Ja, das ist hier eine andere Box Okay, cool 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 Kann ich jetzt damit Irgendwie Ach, damit kann ich jetzt die Ähm 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 Sag schon Ähm Genau Die, äh Schlösser Ähm Ähm Wecknapsen So nach Motto Also können wir ja ausprobieren Mit der Tür hier unten Oh Gott Das Spiel, ey Kann ich die jetzt damit öffnen Yes Hä Äh Habe ich noch so ein Magnetding gefunden Zwei A large square Magnetic Magnetic Key What door Put this open Hä Ich versteh's nicht Ich versteh's nicht Aber Das muss auch nichts heißen Also nur weil ich's nicht verstehe Aber hier Das ist ja nicht Da hinten haben wir keine Tür Oh Fahlalalalala Hello from the other side Könnte ich die Tür wieder zumachen? Oh das wäre schön Wenn wir's könnten Aber wir können's nicht Mhm Mhm Ja Cool Reifen Oh Reifen werden hier gelagert Das ist ja Ich hab gar keine Angst Vor irgendwas Jetzt geht's ab in den Keller Der sieht so Einladend aus Der sieht so Einladend aus Ähm Alles Gut bei ihm? Hallo? Äh ne Sie schläft Sie Sie Macht ein Powernap Nickerchen Glaub ich Alter Wie geht's Oh die Muffe Mir geht Einfach Die Muffe Hier geht's In den nächsten Raum Mit nem Foto Aber Ist der Im fucking Ernst Und Ja klar Ich hab Nachtsig Gerede Und ich hab Ich muss Fotos machen Ist doch jetzt Nicht euer Ernst Ja Geh dem Geschrei hinterher Klar Ja Wunderbar Ja wunderbar Das ist ja mal gar nicht Gruselig Überhaupt nicht Aber wir können hier duschen Ey guck mal hier Uhuhu Ne rainy 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 Wodos wovon Ja weiß ich auch noch nicht Ich Würd Sagen Von den Figuren hier Ne Leider nicht Äh Dann würd ich sagen Von den Gestalten Die ab und zu Mal so Zum Vorschein kommen Everyone is Es ist glaube ich Hopfen und Malz verloren Hier ist ein schönes Modernes Buch Für die moderne Architektur Kann er einfach das Brett hier Wegnehmen Kann ich es Wegfotografieren Ne auch nicht Okay cool Dann Ja I see Ja Sehr schön Mit dem Schmiley Ich kann nicht mehr Zurück Ja So Das ist so awesome Okay Komm ich immer noch nicht rein Ja Moin Kannst du bitte aufhören So rumzuschreien Dann mach die Tür auf Okay Vielleicht Doch nicht So Okay Cool Alter Was ist das für ein creepy game Alter Steven ey Wirklich Ja Und ja Der Fernseher weg Alles umgemodelt Ja Cool Architektur Moderne Architektur Hm Toll Der Tisch auch Gar nicht verschoben Cool Nice Sehr nice Weil Wer war denn jetzt Außer mir noch hier Ja Keiner Genau That's the point Ich hatte ja vorhin schon Den Finger über den Sound Alerts Aber die werde ich dem Spiel wohl nicht brauchen Ne Das glaube ich Also Ich sag mal so Hey Junge Wie du möchtest Ihr sollt natürlich auch ein bisschen Spaß haben Aber ich glaube I don't know Ob wir das brauchen Bei dieser Atmosphäre Ach jetzt ist die Tür wieder offen Jetzt Und die Tür auch War einmal auch Schön Und Ma'am ist weg We are refused to do what you want We don't want to be here Da grad Was Da grad selbst kein Gefallen Äh was Achso Ich hätte mir grad selbst kein Gefallen damit Ja Oh ja Wir haben Schlüssel Nummer zwei Cool Also gehen wir jetzt wieder dem Geilen Keller Machen ein Picture of Wir machen kein Picture of This Buddy Ähm Sie wurde einfach mal mitgezogen Oder Weck Gezogen Oh man Hey Stevie Alter Warum Warum What Also Ich Ja Da geht das nächste Gelaber los Also ich mach mal Von dem Dude Hier ein Foto Okay No War nicht das Was wir gesucht haben Achso ja Für die Leute Die es gerade im Chat Nicht sehen Äh Warte kurz Da steht Capture Äh Ja Wir haben Wir haben leider noch nichts Gecatchapt Also er hier ist es nicht Äh wo ist eigentlich er hier hin Der ist doch da Vorhin runter gefallen Oder nicht Da war die zwei Da war die zwei ne War 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 das Nicht so Ja Die zwei ist hier Okay Okay Gibt es noch was hier zu entdecken Nope Gut Dann gehen wir mal weiter Räume mit Käfigen Geil Also Warum Also Wegen What the hell is wrong with this house Nothing about this place is normally Ja haha Es sehe ich genauso It all feels so paranormal So extra But yet Why are they attacking me Why are they allowing me to live Despite all For the lost Ja ich bin nicht so schnell Instead of following me Everything I turn around I see them Every Every time I close my eyes I hear them They are everywhere Fucking everywhere Ja Ja Die sind überall Und Nurgens This isn't right None of these is right Something stole my boat I think someone is trying to hurt me And I am locked In this house Ja Ja Und wir versuchen I will make it out of this I swear I will I have to Ja wir versuchen da rauszukommen Aber Was bringt uns das Wir haben kein Boot Wir haben nichts Wir können doch nicht mal von dieser Insel weg How Captured Also wir haben Chat Andere Richtung gedreht Da Wir haben Wir haben gecaptured Also wir haben Erfolgreichen Foto von Person X Das scheint unsere To do zu sein Alter So Und wir haben das Anscheinend Überlebt Oder sind jetzt auch Infiziert Ich weiß es nicht Ach hier sind wir auf der anderen Seine 20 2 2 im Quadrat I don't know 2 im Radius Durchschnitt Lecker Lecker Mio Am Ass Ja Cool Cool Da ist noch Eine Tür Hier geht es noch mal runter Da ist eine Tür auf Also wir gucken erst mal Durch die Tür Weil es so schön war Weil es so schön war Ach und hier geht es direkt weiter Okay komm Dann machen wir erst mal da noch nicht Sondern wir Ja Wir gehen erst mal hier rein Da steht wieder irgendwas schönes An der Wand The two of us For life Äh Which two of us Also hier ist nix mit Two of us Okay Gut dann gehen wir erst mal nochmal in den anderen Raum Okay Also das sieht Bis auf dass die Tür hier so Rausgenibbelt ist Sieht eigentlich sehr gemütlich aus Also könnte man Das würde gehen There is a bomb In the attic The bomb is connected To all of the gas canister Through the house I'm ready to light this place To the ground It's the only way It must be I leave my cross behind I fail Please take it And hold it by your side It will betrack Protect Also es würde uns beschützen So viel dazu So wo ist ja das K-K-Kross Driss-Kross Ja Nicht da Und hier haben wir wieder Ne Überwachungskamera Plus so ein Magnet Ich hab immer noch kein Schimmer Äh Was würde ich mit dem Magneten machen Und da ist gerade keiner lang kuscht Muss ich das irgendwie Okay wait Muss ich das in dieselbe Position bringen Also sprich So So Und Das ist kein sicherer Safe Sag ich dir Einfach mal So Das ist auf jeden Fall Safe Nicht Ja du Nie It's locked It's locked Und hier ist ja auch gerade Warte mal Wir haben ja gerade diese Box aufgenommen Was kann ich denn mit dieser Box machen A small red box Contain A secret In Ja Wer ist mit aufmachen Geht das Nee Natürlich nicht Und hier ist gerade irgendeine Gestalt da lang kuscht Gar nicht creepy Hier geht's nochmal raus Genau hier waren wir Hier gehen wir jetzt nochmal Guck Guck Gucken Ich dachte ich kann den hier auch gerade nehmen Weil das auch so Oh und überall ist Blut 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 Okay Gut Hier ist nichts weiter Also gehen wir jetzt Wieder downstairs Gucken Wo es hingeht Achso Hier Shortcut Dann können wir uns ja das Nächste Video Du bist noch da Okay cool Nächste Video angucken Das sieht aus wie im Wohnzimmer Wo der Typ irgendwie aufgespießt ist Sehr dunkel Ich seh nix Also ne Außer Ihr seht ja das was ich seh Aber ist halt Äh Ja Ich Oh Ach das ist Der Typ hat sich selbst umgebracht Ja Lol Als ob er sich jetzt da einfach reinlegt Und Okay Okay Er hat sich einfach selbst da rein gelegt Warum Also warum macht man das Alter dafür waren die Magneten Ganz ernsthaft Okay So wir haben Schlüssel Nummer Dry Und ne Brechstange Warte mal Für die Brechstange Da kommen wir wieder nach oben So Und zwar War hier hinten War ja Das Ding mit Äh Dem Fer 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 Genau Und mit den Bre-Brettern Ich will doch kein Foto machen Mann Wir sind raus Jawohl Nice Können wir jetzt einfach Okay Wir gehen nicht da lang Oh Gott Warum Warum ist denn das so riesig Muss das so Ich weiß jetzt nicht Ob das so clever war Die Tür jetzt aufzumachen Ist mir aber auch erst In den Sinn gekommen Nachdem ich auf E gedrückt habe Weil damit lasse ich jetzt eigentlich Die Ähm Ähm Ne Die Viecher Raus Und hier draußen Stand doch immer einer Ich kann mich jetzt auch dran erinnern Dass ich hier seinen Schatten gesehen hab Ja Toil 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 Oh man oh man oh man Ich weiß Also Wir müssen Wahrscheinlich hier lang Wir machen mal ein Foto Ähm Okay Ins nächste Haus Yay War jetzt doch schön Das ist einfach ins nächste Haus Fuck you Er ist da hochgegangen Ich hab's genau gesehen Er ist hier Hier ist der Da oben In dieser Zwischendecke Hof Geh weg Es lockt Es auch lockt Alles lockt Ne gute Badewanne Da geht's dahin Wo der andere Typ Ja wir müssen Wir sollen ihm folgen Er ist ja Alter Ist er denn hochgeklettert Egal Wir nehmen die Notizen Und lesen uns die Notizen durch Something is haunting us Something paranormal It is Possessing us One by one I don't know How it got there But I think I know why We deserve this Warum Also Was habt ihr denn gemacht Was habt ihr verdient habt The time has come I mixed all four Incredits together I mixed it all With Heat Was I mixed it all With Heat As close To the Cemetery As possible Remember This is how you Bake a cake Mika Okay Okay Teddy ist auch am Start Cool Teddy Das ist aber mal Eine fiese Falle Gewesen hier Von ihm Äh Ist er jetzt da runter Und einfach abgehauen No way Was passiert denn hier Ja ist okay Cool 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 Ist lockt Okay Ist auch lockt Kann ich denn einfach wieder raus Is it possible Nein Es ist natürlich Es ist ja Nee Es äh Rauskommen ist nicht Weil Wir noch nicht raus dürfen Können wir hier aus dem Fenster gucken Auch nicht Okay Cool Was ist jetzt unsere To do Ich bin hier gefangen in dem Kann ich hier irgendwie Licht an Licht aus Kann ich hier irgendwie hoch Nee auch nicht Und hier komme ich nicht raus Und dem klopfen Möchte ich eigentlich nicht nachgehen Aber Ja Aber wir müssen Alter drei Was 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 Oh Nee Jetzt nicht mit Kindern Ich Mach doch nicht so was jetzt We are treating horrible here These monsters would lock us up in cages Ach deswegen die ganzen Käfige Super Have us serve as their maid Message them And so much more I am afraid to even know that There I know that here Oh ich weiß nicht ob ich das Möchte Hello Wo kommt denn das Schmatzen her Ich will kein Foto machen Ich will hier Ich will hier durch Ich kann hier nicht durch Okay Gut Jetzt Jetzt darf ich Jetzt Jetzt hast du Aufgeschmatzt Ja Ich hoffe Jetzt hat es gemundet Jetzt kommt wieder der Kumpel Alter Ja ich Ich verstehe dich Ich will dich aber nicht verstehen Also du bist So eklig laut Gut Mhmmm 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 Gibt es hier noch irgendwie was schönes Mhmmm Nee Nee Okay Cool 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 Es ist okay, aber ich bin fast da. Ich denke, ich sollte den Taten in ein paar Minuten holen, okay? Man, ich bin so glücklich, dass ich dich endlich getroffen habe. Jetzt hat die Tante mir mein Boot geklaut? Also ich kann es irgendwo nachvollziehen. Nachvollziehen, aber... Warum? Also... Einfach nein. Oh, guck mal, Phasmophobia. Ist das jetzt nicht euer Ernst? EMF-Reader, I was told if the things beeps in the area, stay away from that area. Ist das jetzt euer Ernst? Ey, machen wir jetzt hier... Oh, no! It's locked. Ja, cool. Wir sind die neuen Geisterjäger. Easy. Was? Was passiert? Hat die uns ge... Hä? Ich weiß auch nicht mal, wer oder was? Also von hinten? Hä? Ich stecke aber 18. Von hinten? Ähm... Egal. Jetzt, also... Jetzt sind wir wieder... Okay, ich hoffe aber... Ich habe meine... Ja, in meinen Tag habe ich noch. Okay, cool. Cool, 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 cool. Ja, die Bude fällt aber ganz schön schnell aus dem Nendor. Aber gut. Wir können jetzt erstmal wieder raus. Können wir einfach zum Boot und auf unseren Kumpel warten? Wäre das eine Option? Hurry. Komm, meet me at the dogs, okay? Ja, okay. I'm... I'm... I'm on my way. Geht das so? Also das wäre... Das wäre insane, wenn ich das jetzt so hinkriegen könnte. Was? Das wäre... Was? Actually, I'm sorry. I can't come. I don't want to disrupt you all. You should... Go spend some time with your family. We're all waiting for you in the master bedroom. I'm sorry, but... No one is coming. Goodbye. What? Hat der sich auf unsere Frequenz einfach eingeschlichen und gesagt, okay, im Master Bedroom ist meine Family? Also, erstens, ich bin ja hier alleine angekommen, ja? Wie kann da jetzt meine Family hier sein? Oder sind wir auf der Suche nach unserer Family? Kann natürlich auch sein, ne? Also, so... Aber warum sollte jetzt... Dann werden wir mal investigativ, so wie der Stevie gerne sagen würde, äh, wenn wir dem mal auf den Grund gehen. Oh, wir haben ja noch eine Videokassette gefunden, ne? Stimmt. Wir gucken uns jetzt mal das Video an. Das ist ja eine gute V-V-RS. Äh, was die Kamera auf dem Boden zeigt. Hallo? 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 Also, wir haben ja auch eine sehr hübsche. Das ist, äh... Schön. Schön, 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 schön. Was passiert jetzt? Okay. So, wir gehen jetzt mal hier nach oben. Wobei, war hier jetzt das Master-Bett-Room? Da hat jemand geschossen? Hmm. Also, ich hätte gedacht, dass... Das hier das Master-Bett-Room wäre. Aber nein. So, der Pfeil zeigt dezent. Na, da. Äh, aber hier komme ich nicht weiter. Warum bin ich hier? Also, ich meine, hier war ja auch vorhin die Positionierung der Kamera, ne? Zack. Und dann kam hier... Die nette Dame. Und hat gesagt, hello. Hallo? Okay, Chat. Jetzt ist die große Frage, wenn das Ding piept, ja? So Phasmophobia-mäßig. Trotzdem reingehen? Oder... Sagen wir... Nö? Oh. The three of us are live. Wer sent three? Also, auf jeden Fall. Rein da. Pflaster abreißen. Jojo, du bist aber auch, äh... Danke. Einfach, danke. Okay, rein da. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich soll mich jetzt nicht da hinsetzen, oder? Hmm. Hallo? Lady? Und hier ist der 5-Meter-Mann. Jetzt rest. Mit meinen Dauern. Nein! Tut nicht! Okay. Er hat's getan. Oh, nee. Also. Was war das? The force was too powerful to overcome. Upsie. No matter how hard I tried to resist, the gun still reached my head and concluded my journey. Okay. End. Ja. Okay. K-krasse Nummer. Wir haben uns selbst umgebracht. Ending unlocked. Eins von vier. What? Photos taken. Kassettes found. Notes found. Easter eggs unlocked. Null. Okay. Es gibt anscheinend mehrere Durchgänge. Ähm. Wenn ihr noch weitere Durchgänge sehen wollt, ja? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Dann, äh, spielen wir das Ganze nochmal. Vielleicht auch diesmal mit dem Steve. Vielleicht aber auch der Steve alleine, der dann eben halt ein anderes Ende triggern müsste. Ähm. Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da. Äh. Und, äh, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns einfach bei einer nächsten Folge. Bis dahin sag ich erstmal, Hang out. Ciao. 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 Ciao.